Servus und Willkommen zum neuen Video beim Bavaria Medic. Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe gesehen, die 100 Abonnenten Marke wurde geknackt. Ihr seid wirklich der Wahnsinn, ja. Das zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen, ja, dass ich euch mit meinen Videos helfen kann. Dafür wirklich ein sehr, sehr großes Dankeschön, dass ihr mich in dieser Hinsicht so unterstützt. Ja, natürlich sollt ihr dabei auch nicht leer ausgehen, darum habe ich mir etwas überlegt. Es wird natürlich auch bei mir ein Giveaway geben, wie ihr hier schon sehen könnt. Eine Erste-Hilfe-Tasche, ein Erste-Hilfe-Set. Dieses Erste-Hilfe-Set dürfte einigen von euch bekannt sein. Das ist das Erste-Hilfe-Set vom Aldi. Dieses Set beinhaltet meiner Meinung nach alle wichtigen Sachen und auch sogar noch ein bisschen mehr, was ihr braucht in dem Erste-Hilfe-Set. Also sehr, sehr gut. Vor allem für diesen Preis, für den ihr es bekommt. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ein oder eine, einer oder eine von euch kann dieses Set gewinnen. Wie oder was müsst ihr machen, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ja, ich habe mir überlegt, da ja einige nur kommentieren, werde ich keine Video-Antwort machen, also Video-Antwort-Runde machen. Sondern, wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir unten in den Kommentaren, ich werde die so einstellen, dass ich sie zuerst prüfe, warum ihr Erste-Hilfe betreibt oder was euch dazu bewegt hat, Erste-Hilfe zu betreiben. Sobald ihr dies, also schreibt ihr einfach einen kurzen Text und sobald ihr diesen Kommentar abgeschickt habt, seid ihr eigentlich auch schon dabei. Ich werde dieses Give-Away, dieses Gewinnspiel bis zum 31. Oktober um 12 Uhr laufen lassen. Das heißt, es ist ein guter Monat, mehr als ein Monat sogar Zeit. In diesem Zeitraum könnt ihr kommentieren und alle anderen Kommentare, die nichts mit diesem Give-Away zu tun haben, werde ich dann sowieso freistellen. Und die, die halt mit dem Give-Away zu tun haben, die lasse ich dabei noch verdeckt. Oder, ja genau, verdeckt. Ja, das war's soweit mit diesem Update-Video. Ja, ich wollte mich noch entschuldigen, dass in letzter Zeit keine Videos gekommen sind. Das liegt einfach daran, ich bin momentan so ein bisschen im Lehrgangsstress. Sanitätslehrgang ist momentan, ja, da muss man auch lernen. Und ja, danach wird auf jeden Fall wieder der Videobetrieb laufen. Und da sind schon einige Sachen in Planung. Wie immer, wenn ihr Ideen habt, was ich euch vorstellen könnte, wenn ihr was wissen wollt, etc. Oder Anregungen habt, dann schreibt es mir auch unten in den Kommentaren, damit ich weiß, was los ist. Genau. Ja, soweit war's, das Video von mir. Danke nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servo.